Du musst hoch. Aber die Frage ist schon vorne. Ja. Da haben wir eine Sleit von einem Einsatzleit gehauen. Das Problem ist, dass irgendwo immer wo nichts drin ist. Wir haben eigentlich da so ein Problem, wo das was da drin ist. Eigentlich ist der Hauptpunkt da drin. Ja, genau. Ist man es weg? Ruh! Volk, er sieht nicht mehr aus. 15 Mal bis ab. Sie sagten, er ist hier vorne. Ja, ist okay, oder? Keine Ahnung. So. Wir schauen jetzt mal da um den Streifen an.